Jo Leute, hallo und herzlich willkommen liebe Collectentrader. Ich habe hier ein Paket bekommen vom lieben Sandro aka Rambo. Ich sollte es filmen, deswegen werde ich es auch filmen und ich würde sagen wir fahren direkt an auszupacken. Ich weiß wie lange der Akku hält. Vielleicht wird es einen Schnitt geben, dass ich den Akku tauschen kann. Wenn wir aber montan dann sehen. Es ist ein großes Paket mit ziemlich viel Tins drin. Ist das ein wichtiger Titel? Ich denke ich mag das nicht immer so aufzuschneiden alles. So ihr seht es vielleicht schon. Also es sind viele, 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 viele Tins und dieser Ordner und Hüllen noch dabei. Also es ist ein schöner Ordner hier mit Yogi drauf. Finde ich passt ganz gut zu einer Sammlung. Leider hier einen Knick, wie ich gerade sehe. Rambo Rambo. Warum ist so ein Knick drin? Ja, kann man aber für seine Sammlung, denke ich, mal verwenden. Legen wir den mal zur Seite und dann haben wir hier sehr, sehr viele Tins und irgendwo müsste noch was drin sein, glaube ich. Ich habe eigentlich gar keine Lust, jede Tin jetzt einzeln aufzumachen. Legen wir die einfach mal alle übereinander hier neben mich. Also so eine Tin. Das drin ist wieder eine kleine Tin. Bis das jetzt so ein Radespiel. Alles klar. Hättest mir auch ein Zettel beilegen können, wo dann steht, in welcher was drin ist. Das muss ich ja übel suchen. So, das ist eine alte mit Joey drauf. Das juckt, aber ich packe es halt aus, weil ich gesagt habe, dass ich davon ein Video mache. Also das meiste sind diese großen hier, wie ich gerade sehe. Irgendwo müssen sich halt Höhen so was drin verstecken. Ich glaube, ich brauche mal eine Zeitraffer ein, wie ich das suche. Okay, ich glaube, ich habe die Überraschung gefunden und zwar ist es das hier. Mal kurz fokussieren, die Kamera ist gleich leer. Hier haben wir einmal ihn hier. Ich glaube, das ist das Star Wars Dragon, ne? In, keine Ahnung, Secret Rare oder soll das sein. Und dann magische Hüte und ihn hier nochmal. Cool, cool. Also das als kleinen Bonus auf jeden Fall dazu. Vielen Dank dafür. Sein Kanal in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Meine Kamera ist gleich leer, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann.